Sie braucht immer so mit einer Haube, damit sie sich abstützen kann. Also, ja. So. Diese Dierung, die wir jetzt geben, die hat natürlich vielleicht ein gewisses Risiko, wenn ich nicht genau weiß, haben wir den Herrn Schäden da, die das vertragen, ja. Wir nehmen aber die unterste Dosierung. In der Regel werden die auch davon, dass da auch ein bisschen länger mit dem Dach werden. So, mal hier. Du kannst ja auch richtig böse werden, aber richtig werden kannst du dich nicht, ne? Wenn du mir gleich schlägst, mache ich eine Röntgenaufnahme. Ich setze hier von oben rein und nehme nachher auch eine Blutprobe. Schau mal nach, ob in der Blutprobe auch eine andere Antikörper von dieser Infektion der Mutter auch nicht abschließt. So, ich habe jetzt die Röntgenaufnahme von da oben hier. Und wie erwartet haben wir röntgenologisch keine Veränderung. Ich sehe jetzt hier die Wirbelsäule, den Hirnschäden seitlich hier, Großhirn, Kleinhirn. Dann sieht man hier die Wirbelsäule. Ich habe keinerlei... Ich sehe jetzt hier die Wirbelsäule. Ich sehe jetzt hier die Wirbelsäule.